Die neuen Navi Momii Roboter der E-Serie von Segway sind ohne Frage zwei Spitzengeräte, die einiges zu bieten haben. Doch wie sieht es eigentlich mit einem Diebstahlschutz aus und was mache ich, wenn ich keine oder nur eine schlechte WLAN-Verbindung in meinem Garten habe? Mit diesem kleinen optionalen Zusatzmodul Access Plus von Segway sollen diese Bedenken künftig aus dem Weg geräumt werden. Was das kleine Teil aber wirklich zu bieten hat und wie es sich im Test schlägt, das werden wir uns im heutigen Video ausführlich anschauen. Ich würde sagen, starten wir direkt nach dem Intro, falls aber noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren und die Glocke aktivieren, um künftig kein Video mehr zu verpassen. Die aktuellen Preise des Roboters zum Unterstützen dieses Kanals findest du unten in der Videobeschreibung. Herzlichen Dank für deinen Support und damit los geht's! Das sogenannte Access Plus Modul von Segway verspricht uns nicht nur einen Diebstahlschutz unseres hochwertigen Mehrroboters, sondern auch eine Mobilfunkverbindung, wodurch wir den Roboter problemlos aus der Ferne steuern und überwachen können. Dies klingt meiner Meinung nach äußerst vielversprechend, doch ob das Modul wirklich hält, was es verspricht, das werden wir uns jetzt anschauen. Beginnen wir also mit dem Lieferumfang. Das Modul kommt dabei, wie man sehen kann, in einem kleinen Pappkarton mit Abbildung auf der Vorderseite ohne viel drumherum. Aus dem Produktkarton erhalten wir neben dem eigentlichen Modul noch eine Kurzanleitung, ein 2,5 mm Inbusschlüssel, das war's, mehr ist nicht dabei. Das Modul selbst macht einen relativ unscheinbaren Eindruck, besteht aus einem schwarzen Kunststoffgehäuse mit Branding auf der Vorderseite und dem Anschluss auf der Rückseite. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen, weswegen wir uns nun die Installation anschauen. Der erste Schritt, um das Modul zu installieren, besteht darin, den Roboter aus der Station zu holen und herunterzufahren. Dafür halten wir den Powerbutton ein paar Sekunden gedrückt, bis auf dem Display eine Meldung erscheint. Anschließend können wir den Roboter umgedreht auf den Boden stellen. Damit das Gerät nicht zerkratzt, würde ich empfehlen, eine Decke drunter zu legen oder die Montage direkt auf der Rasenfläche auszuführen. Für die Montage selbst benötigen wir positiverweise kein Werkzeug, da ein passender Inbusschlüsse direkt mit dabei ist. Alternativ können wir aber auch genauso gut jeden anderen beliebigen 2,5 mm Inbusschlüsse verwenden. Auf der Unterseite des Mirobotters finden wir dafür ganz vorn zwischen den beiden Lenkwalzen eine schwarze Kunststoffabdeckung, welche durch insgesamt vier Schrauben gehalten wird. Mit dem Inbusschlüssel lösen und entfernen wir alle vier Schrauben und legen sie beiseite, da wir diese gleich wieder benötigen. Haben wir die Schrauben gelöst, können wir den Schlüssel gleich als Haken verwenden, um die Abdeckung zu öffnen. Direkt darunter befindet sich nun der Schacht für das Access Plus Modul sowie das Anschlusskabel. Auf der Rückseite des Moduls wiederum verbirgt sich der Port, wo wir das Kabel einstecken. Ähnlich wie bei einem Ethernet-Kabel signalisiert uns ein kleines Klicken, dass der Stecker richtig eingerastet ist. Danach schieben wir das Modul, wie im Video ersichtlich, vorsichtig in den Schacht und positionieren das Kabel so, dass es nicht stört, denn schließlich müssen wir den Deckel der Abdeckung ebenfalls wieder drauf bekommen. Bevor wir den Deckel jedoch montieren, sollten wir noch einmal überprüfen, ob die weiße Gummidichtung am Roboter auch wirklich sauber ist, damit das Gerät weiterhin problemlos Staub und Spritzwasser geschützt ist. Folglich können wir die Abdeckung mit den vier Schrauben und den beiliegenden Inbusschlüssel wieder montieren und festziehen, den Mehrroboter umdrehen und in die Ladestation schieben, respektive anschalten. Als nächstes wechseln wir nun in die NaviMo App. Dort angekommen, verbinden wir uns zuerst via Bluetooth mit unserem Mehrroboter. Sobald dies geschehen ist, erkennt der Roboter das Modul, wie man sehen kann, automatisch und gibt eine Meldung dahingehend auf dem Homescreen aus. An dieser Stelle kann man sich nun entscheiden, ob man das Modul direkt aktivieren möchte oder besser zu einem späteren Zeitpunkt. Da ich das Modul jetzt nutzen möchte, klicke ich auf Aktivieren, woraufhin uns die App weitere Informationen wie den Gültigkeit-Zeitraum, der SIM-Karte etc. präsentiert. Ein weiterer Klick auf Jetzt einschalten, verendet das ganze Prozedere, es dauert einen kurzen Moment und sobald der Vorgang beendet ist, werden wir über die Aktivierung direkt in der App benachrichtigt. Haben wir dies getan, können wir uns entscheiden, welche Verbindungsart der Roboter künftig priorisieren soll. Entweder kann das Gerät je nach Verbindungsstärke selbst zwischen WLAN und Mobilfunk auswählen oder wir legen eine der beiden Verbindungsarten temporär fest. In meinem Fall habe ich mich für die Mobilfunkverbindung entschieden, da ich diese im weiteren Verlauf des Videos noch ausführlich testen möchte. Auf dem Homescreen der App, direkt neben dem Bluetooth-Symbol in der unteren linken Ecke, lässt sich dabei erkennen, welche Verbindungsart der Roboter aktuell nutzt. Bei mir im Test hat es ein paar Minuten gedauert, bis sich das Modul respektive die SIM-Karte im Netz eingewählt hatte und der Roboter von WLAN zu Mobilfunk wechselte. Folglich habe ich gleich einen ersten Funktionstest durchgeführt und den Roboter von der App aus gestartet, was wie er sichtlich problemlos klappte. Anschließend WLAN und Bluetooth an meinem Smartphone deaktiviert und das Ganze gleich noch einmal versucht. Und siehe da, auch mit der reinen Netzwerkverbindung lässt sich der MiRoboter ohne Schwierigkeiten aktivieren und steuern, sodass wir das Gerät auch im Urlaub vom Strand aus entspannt starten können. Weiterhin sehr wichtig zu erwähnen ist der folgende Punkt, in welches Netz sich das Modul überhaupt einwählt. Genau dies können wir nachprüfen, indem wir oben links auf die drei Punkte klicken, anschließend herunterscrollen bis zum Punkt Netzwerk und dort auf unsere 4G oder Netzwerkverbindung klicken. Ganz oben erscheint nun ab und an der entsprechende Dienstanbieter. In meinem Fall stand direkt nach der Einrichtung da, dass sich das Modul mit dem Netz von Vodafone verbunden hatte und anschließend eine halbe Stunde später war es O2. In beiden Fällen handelt es sich also um das D2-Mobilfunknetz, auf welches die SIM-Karte zurückgreift. Ob sich das Modul auch in das D1-Netz einwählt, kann ich nicht sagen. In meinem Fall, auch auf dem ländlichen Raum, ist die Verbindung jedoch, wie man an den vier Balken erkennen kann, sehr gut und ausreichend stabil. Das war aber noch nicht alles, denn neben der Mobilfunkverbindung ermöglicht uns das Access-Plus-Modul auch die Verwendung des Diebstahlschutzes. Bevor wir diesen nutzen können, müssen wir die Diebstahlsicherung jedoch erst einrichten. Wie dies funktioniert, schauen wir uns jetzt an. Zum Aktivieren der Diebstahlsicherung schieben wir den Roboter zuerst in die Ladestation und verbinden uns in der App via Bluetooth mit dem Gerät. Ansonsten können wir diese Funktion nämlich nicht aktivieren. Anschließend klicken wir auf die drei Punkte oben links und dann auf den Unterpunkt Diebstahlsicherung. Dort bestätigen wir nun ganz oben den kleinen Schieberegler Diebstahl-Alarm aktivieren. Es erscheint eine Warnmeldung, dass nachdem wir die Alarmfunktion aktiviert haben, die PIN nötig ist, um das Gerät wieder zu entsperren. Keine Sorge, die Standard-PIN lautet 4x0, sodass wir diese Meldung getrost mit Ja bestätigen können. Die PIN aus Sicherheitsgründen aber möglichst zeitnah ändern sollten. Wie das funktioniert, schauen wir uns gleich noch an. Haben wir dies also getan, können wir ganz oben unter Geofens Erweiterung den Radius unserer Zone einstellen. Die niedrigste Einstellung ist hier bei 10, die größte 50 Meter. Je nachdem, wie groß die Rasenfläche ist, sollte der Geofens somit logischerweise die komplette Fläche abdecken, damit kein Fehlalarm ausgelöst wird. Bewegt sich der Roboter nämlich nun aus dem eingestellten Bereich, weil er beispielsweise gestohlen wird, gibt das Gerät einen akustischen Alarm ab und zeitgleich werden wir auch auf unserem Smartphone benachrichtigt, damit wir zeitnah reagieren können. Der Alarmton, den der Roboter ausgibt, klingt dabei so und macht definitiv richtig Krach. Basierend darauf habe ich für euch ebenfalls eine Lautstärkemessung durchgeführt, um besser veranschaulichen zu können, wie laut das Gerät wirklich ist. Dafür habe ich mit einem Dezibel-Messgerät in einem Abstand von einem Meter die Lautstärke gemessen und habe hierbei stolze Werte von fast 90 Dezibel festgestellt. Vergleichbar ist dies laut Google mit einer Lärmbelastung eines Kompressors beziehungsweise eines Haartrockners. Der Alarmton des Roboters lässt sich anschließend nur durch Eingabe des Pins deaktivieren. Standardmäßig lautet diese wie bereits erwähnt 4x0. In der App unter dem Reiter Pin-Code zurücksetzen können wir die vierstellige Pin ganz einfach beliebig oft ändern, sollten wir sie einmal vergessen haben. Im Großen und Ganzen kann ich sagen, macht der Roboter somit also richtig Krach und erzeugt beim Liebstahl definitiv ziemlich viel Aufmerksamkeit, was dem Gauner nicht unbedingt gefallen wird. Ist es jedoch leider einmal so weit gekommen, dass der Roboter das Grundstück verlassen hat, können wir in der App unter meinen Mäher finden, den Roboter auch via GPS tracken. Dabei wird eine digitale Karte und ein hervorgehobener Umkreis angezeigt, wo sich der Mäher aktuell befindet. Sollten wir in der Nähe sein, können wir zudem noch einen Signalton abspielen, um die genaue Position des Mäers zu ermitteln, was meiner Meinung nach einfach nur extrem praktisch ist, um das Gerät in einem solchen Fall wiederzufinden. So schön das Ganze auch klingt, einen kleinen Haken gibt es dennoch und zwar ist es mit der einmaligen Anschaffung des Moduls nicht ganz getan. Genauso wie wir es von Smartphones kennen, verlangen die Mobilfunkanbieter monatlich Gebühren. Genauso ist es auch für die Mobilfunkverbindung der im Access Plus Modul verbauten SIM-Karte. Die Gebühren für das erste Jahr sind in den Kosten des Moduls bereits enthalten. Danach sollen sich die Gebühren auf 29,99 Euro pro Jahr belaufen, was meiner Meinung nach für den Funktionsumfang, den das Modul zu bieten hat, eigentlich recht fair ist. Zusammenfassend kann ich also sagen, dass mich das Access Plus Modul für die neuen Navi-Momeroboter von Segway wahrhaftig sehr überzeugt hat. Nicht nur durch die Mobilfunkverbindung können wir die Mäheroboter nun von überall aus steuern, ohne dass wir eine gute WLAN-Verbindung in unserem gesamten Garten benötigen, sondern wir haben auch zugleich den riesigen Vorteil der sehr gut funktionierenden Diebstahlsicherung, die meiner Meinung nach definitiv für jeden Navi-Momerobesitzer gewinnbringend ist. Von meiner Seite aus gibt es somit also eine klare Empfehlung. Was hältst du von diesem Modul? Schreib mir gerne deine Meinung, vielleicht sogar deine Erfahrung unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Die aktuellen Preise des Roboters sowie des Moduls zum Unterstützen dieses Kanals findest du unten in der Videobeschreibung. Herzlichen Dank für dein Support. Ansonsten hoffe, ich hatte dir das Video gefallen. Wenn ja, dann zeig es mir gerne mit einem Daumen nach oben, um dieses Video voranzubringen. Außerdem, falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren und die Glocke aktivieren, um künftig kein Video mehr zu verpassen. Und damit würde ich sagen, bleibt gesund, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss! 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 Vielen Dank.